Hallo, ich bin am Strand von Scharbeutz Richtung Haffkrug und ihr seht, dass an der Ostsee der Sonnenuntergang nicht am Meer ist. Ist ja auch klar, weil sie im Westen untergeht. Das heißt, an der Ostsee ist der Sonnenaufgang zu sehen am Wasser. So, ein ziemlich leerer Strand, ziemlich viele Algen und ganz viele weiße Muscheln. Ich hatte ja an meinem ersten Tag hier am Samstag, den dritten zwölften hatte ich eine Muschel gefunden und hier liegen jetzt ganz, ganz viele. Heute ist das Meer auch sehr ruhig und wunderschön der Himmel. Eben hat mich gerade eine Krähe angegriffen. Ich habe nämlich ein Brötchen gegessen. Siehste, seht ihr, ich sage jetzt schon Brötchen statt Semmel. Also, es ist einfach meine Gegend. Und ist voll auf meinen Kopf gesprungen und hat sich da wieder abgestoßen. Unverschämt. Ja, das war's für heute.